Ich weiß, aber wenn ich es nicht tue, spüren sie Lili auf und bringen sie wieder zurück. Und ein... Dann kann ich nicht zulassen. Versprich mir nur, Lili zu Sebastian zu bringen, wenn alles vorbei ist. Und ein... Und ein... Schnell, Theodor. Was tun Sie da? Dachten Sie wirklich, ich lasse sogar Sie Mobius vernichten. Sie besitzen keinen Weitflick, sind aber viel zu wichtig für mich, wenn ich Sie kontrolliere. Da ist es passiert. Als alles begann zusammenzubrechen. Ein riesiges rotes X. Das nenne ich Kunst. Den habe ich aber noch gar nicht gesehen, finde ich. Naja. Den vergammeln wir jetzt hier. Können wir noch mal uns ausrüsten. So. Haben wir leider aber nicht mehr gefunden davon. Finde ich schade, aber... Man kann leider nicht wirklich mehr machen. Dann werde ich jetzt noch mal irgendwas reinpauken, was möglich sei. Die werden mir definitiv die Spritze noch gönnen. Hallo. Immer ein Vergnügen. Da ist noch ein Arztkoffer. Ich werde mir einfach alles jetzt holen, was möglich sei. Einmal die Spritze... Das ist möglich. Leider haben wir nicht so viele Schlüsse gefunden, aber egal. So, Athletik, Heilung... Vielleicht auch ein bisschen in Athletik reinbannern... Und Kämpfe... Jetzt bin ich eigentlich wirklich ausgerüstet für den großen Kampf. Ich spritze mir noch mal ganz kurz was. Dann werde ich ganz kurz noch einmal speichern. Und das ist, wie es aussieht, jetzt mein Ausgang. Ich glaube, ich muss jetzt hier hoch. Kann ich jetzt? Ja. Ja, Myra. Wo er recht hat, hat er leider reich. Das ist nun das Haus. Und ich hoffe wirklich jetzt, dass jetzt was Cooles kommt. Ende. Oh. Okay. Okay. Wie kämpfst du mich, Myra? Ach, du. Verstehst es nicht. Das ist unser neues Zuhause. Lily wird hier sicher sein. Glücklich. Frei von Angst. Frei von Schmerz. Nein, Myra. Das ist nicht real. Schmerz gehört zum Leben. Und Liebe auch. Wenn sie hier drin bleibt, ist ihr Leben nicht frei von Angst. Weil sie nämlich überhaupt kein Leben hat. Du verstehst es nicht, was sie ihr angetan haben. Ich kann sie beschützen. Nein. Bitte, lass sie uns hier rausbringen. Und zwar gemeinsam. Wir können wieder eine Familie sein. Nein. Ich lasse nicht zu, dass sie mir jemand wegnimmt. Nein. Bitte, Myra. Wir haben noch Zeit. Verschwinden wir von hier. Ich werde Lily nicht hier lassen. Krass. Wir müssen im Bossfight gegen Myra kämpfen. Ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Bitte. Wer das versucht, wird sterben. Hande schlau, Hande schlau, stopp. Nicht dazu. Ist sie tot? Nein, ist sie nicht. Wie soll ich den jetzt bekämpfen? Es ist nicht mehr Myra. Es ist nicht mehr Myra, mein Volk. Das ist der. Ist nicht gewollt. Ah. Nein, werde ich nicht. Das lasse ich nicht zu. Verdammt, Myra. Hör auf. Denk nach, was du da... Aua. Juhu. Alter. Also, jetzt ist, glaube ich, meine Chance, dass ich eingreifen soll. Aua. Aua. Aua, Junge. Myra. Was ist mit der Hure los? Ach, Junge. Keine Munition mehr. Ich muss mir irgendwas noch spritzen. Zwei. Ich habe nichts vor deinem Haus. Also. Ich hätte noch eine Kugel hier. Sie haben sie mitgenommen. Ich habe eine Kugel hier. Ah. Ich habe eine Kugel hier. Jetzt aber! Achso! Was sind das für Fächer? Oh Mann! Jetzt ist da oben das! Oh Junge Junge, jetzt schill doch mal in Myra! Oh! Nein! Alter, es leckt zwischendurch! Du hast Krebsgeschwür da? Soll ich dich mal davon heilen oder so? Alter, ich hab nichts mehr! Ich hab nichts mehr! Eine beschissene Kugel! Junge Meister! Du übertreibst aber mal 100%! Das wäre aber etwas leichter für mich! Ah! Ich musste jetzt spritzigen! Ha! Spitze, Spitze! Äh, ich hab Standbild! Alles gut! Alter! Nein! Mein Gott, ey! Nein! Nicht hier! Krebsgeschwür! Krebsgeschwür! Wo ist das Krebsgeschwür? Ja! 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 Ein großes Krebsgeschwür! Nie! Ja! Ja! Ich will das nicht tun! Woa! Oh! Junge, jetzt hör mal auf mit dem Krebsgeschwirr hier rumzuwubbeln. Ich versuche dich gerade zu retten, aber irgendwie auch auf einer bestimmten Seite zu töten. Aber das spielt keine Rolle, Mann. Was ist das denn? Ich habe keine Munition. Nein, ist auch nicht drin. Stopp, 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 stopp. Das Krebsgeschwirr werde ich jetzt wegmachen. Ich habe schon wieder keine Munition mehr. Komm! Ja. 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 Am besten alle töten, alle töten, jetzt ist dein Krebsgeschwür dran. Sagen ich Verzeihung, wenn ich nicht so hier ernst meinst. Alter, die sind doch komplett Ehre und ich bin nicht gegen Myra kämpfen. Ich bin nicht so gut im Ziel, aber das berechtigt nicht, dass ich hier nicht was machen kann. Aua! Laua! Wo ist das Mäuchel? Das wird eine XXXXL-Folge. Das ist Mäuchel. Das ist Mäuchel. Das ist Mäuchel. Das ist Mäuchel. Das ist Mäuchel.